Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch eigentlich ist gut. Ihr seid alle gut in diese neue Handelswoche reingestartet. Momentan traden wir bocken für 19.300 US-Dollar. Wenig Bewegung, trotzdem momentan laufen zwei Trades von mir, welche werde ich jetzt gleich nochmal näher drauf eingehen. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, ich habe eine neue Telegram-Talk-Gruppe, kommt da gerne rein. Auch da besprechen wir dann ab und zu mal neue Trades oder neue Signale. Gut, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt durch. Momentan, wie gesagt, 19.300 US-Dollar. Wir hatten nochmal einen kleinen Peak am Sonntag auf ungefähr 19.700 US-Dollar. Haben es aber nicht geschafft, hier ein höheres Hoch zu bilden, beziehungsweise über diesen Schlusskurs von 19.660 mit einem 4-Stunden-Close drüber zu kommen. Das heißt, wir haben uns einfach die Liquidität hier drüber wieder abgefischt und haben wieder eine kleine Trendwende nach unten hingelegt. Dann ging es gestern mal ganz kurz in den Bereich der 19.130. Auch hier schöner Bounce in der 4-Stunden-Demand-Zone mit einem höheren Tief. Erst einmal ganz gut und jetzt eben diese Konsolidierung. Also momentan wenig passiert. Welche zwei Trades laufen jetzt momentan noch von mir noch? Einerseits der Long bei ungefähr 18.700 US-Dollar aus dem Golden Pocket hier oben und dann nochmal einen Short, den ich bei der Ineffizienz bei 19.450 US-Dollar aufgemacht habe. Auch der momentan noch minimal im Plus, erster Take-Profit wurde bereits erreicht. Den lasse ich aber wiederum ein bisschen als Hedge laufen. Sollte dieser Long unten nochmal ausgestoppt werden, gleichzeitig noch den Short eben offen, um einfach hier unten nochmal ein bisschen Profite mitzunehmen. Denn dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Binance-Chart. An sich vom Weekly-Close und Sonstiges hat sich wenig getan. Also Sie seht hier, ich nehme jetzt hier einfach gerne mal Binance aufgrund dieses krassen Volumens, wo wir jetzt schon öfters drüber gesprochen haben. Wir haben es auch hier auf Weekly-Sicht nicht geschafft, wirklich ein signifikant höheres Hoch zu bilden. Wir haben einfach hier wieder schön diese Dochte überall, haben die Liquidität hier oben abgegriffen und sind sofort wieder rejected worden. Und genauso hat im Endeffekt jetzt auch die Woche erst einmal angefangen. Wichtig, meines Erachtens nach, ist einfach, entweder wir kriegen hier mal ein endgültiges Breakout über diesen 19.600, 19.700 US-Dollar. Besser wäre natürlich die 20.000 US-Dollar-Marke. Aber auch mit Weekly-Close. Kein WIC, wirklich ein Close darüber. Oder wir haben eben nicht mehr so viel Liquidität, die reicht, um nach oben hin auszubrechen. Dann wird es interessant, wie wir bei ungefähr 18.800 US-Dollar reagieren. Sollten wir ein Weekly-Close da drunter kriegen, ist es einfach sehr wahrscheinlich, dass wir uns die Liquidität einfach hier drunter bei diesen 17.500 US-Dollar nochmal abgrasen und dann von hier aus einen neuen Versuch, Starten nach oben hin auszubrechen. Ansonsten vom Weekly-Sicht, dieses Falling-Redge. Auch hier sind wir momentan an der Kante. Das heißt, auch hier müsste eigentlich diese Woche wirklich mal ein Breakout stattfinden. Also diese Woche könnte wirklich noch auch am Donnerstag, was ich ja gesagt habe, Erstanträge Arbeitslosenhilfe, EZB-Zinsentscheidung, USA-Bruttoinlandsprodukt, könnte wirklich diese Bewegung möglicherweise stattfinden, die wir uns erhoffen, um wirklich ein signifikantes Breakout hinzulegen. Jetzt gehen wir wieder in den normalen Chart rein, aber nicht auf Weekly-Sicht, sondern auf 4-Stunden-Sicht. Da schauen wir uns einfach mal an, was jetzt einfach interessant werden könnte die nächsten Stunden, beziehungsweise die nächsten Tage. Im Endeffekt sind wir weiterhin in dieser Seitwärts-Range. Das müssen wir uns weiterhin im Klaren sein. Wir haben diese Seitwärts-Range wichtig, beziehungsweise sollten wir uns jetzt hier noch ein bisschen stabilisieren. Hier am 200er SMA, RSI hat sich wieder ein bisschen abgekühlt. Könnte hier wirklich nochmal ein Trend intakt kommen, zumindest bis 19.700 US-Dollar. Und dann wird es natürlich wieder interessant werden, kriegen wir den 4-Stunden-Close über dieser Zone oder holen wir uns einfach wieder eine Liquidität und kriegen dann, sage ich mal, den Breakdown nach unten. Sollten wir natürlich den Trend intakt kriegen, wäre das Ziel ungefähr bei 20.000, 20.100 US-Dollar aufgrund dieser 4-Stunden-Supply-Zone, aufgrund des Monats-Pevots hier oben und der Liquidität, die einfach hier oben noch liegt. Trotzdem gehe ich weiterhin eher noch davon aus, dass wir weiterhin entweder diesen WIC bei 18.600 in das Golden Pocket nochmal kriegen oder in dem Bereich der 18.200 US-Dollar. In dieser Strategie hat sich im Endeffekt nichts geändert. Deswegen bin ich momentan aus beiden Seiten ein bisschen abgesichert. Einerseits durch die Long sollten wir in Richtung 20k kommen, einerseits durch die Short, die jetzt parallel noch offen ist, die auch momentan nach dem jetzigen Stand zumindest noch auch in dem Bereich der 20.000 US-Dollar erst einmal offen bleibt. Aber wie gesagt, im Endeffekt läuft es 0 auf 0 raus, weil es einfach als Hedge-Position läuft. Aber die meiste Liquidität liegt einfach momentan weiterhin hier unten. Und ihr habt das Volumen auf Binance gesehen, wir haben schon oft drüber gesprochen. Umso mehr Volumen da unten reinkommt und die Kurse bewegen sich nicht nach oben, desto mehr oder desto höher ist meines Erachtens auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen könnten. Das könnte dann aber auch wirklich der allerallerletzte Breakdown im Endeffekt sein für eine mögliche Bodenbildung. Aber gut, schauen wir jetzt einfach mal weiter, wie wir uns da oben dann bei 20k reagieren. Sollten wir natürlich hier impulsiv komplett ausbrechen, sieht die ganze Sache natürlich ein bisschen anders aus. Oder nächste Woche Fettentscheidung, da sollte irgendwas Überraschendes kommen. Dann sieht es natürlich anders aus, aber momentan ist jetzt erstmal der Stand. 20.000 sollte erst einmal zumindest Endstation sein, bevor wir dann eine kleine Trendwende nach unten hinkriegen. Dann Ethereum im Endeffekt schon mal ein bisschen voreingezeichnet, gleicher Weg. Auch hier momentan etwas Stabilisierung, Pump auf den Dollar fast genau wieder aufgefüllt. 4 Stunden E-Mail Ribbons, erster Bounce gekriegt. Höheres Hoch, wird hier interessant sein, ob wir uns das einfach wieder nur abgreifen, weil der RSI hier doch noch sehr, sehr hoch ist im 60er Bereich. Ob dann wirklich dieser Trend hier in den Bereich der 1.415 US-Dollar reinkommt, ist fraglich. Eher wahrscheinlich, dass wir uns dieses hochholen, vielleicht nur bis 1.380 US-Dollar kommen, keinen 4-Stunden-Closter drüber kriegen und dann möglicherweise nochmal so einen Breakdown zumindest in diesen Trend, in diesen dynamischen Support hier wieder reinkriegen, wo die Wixits hier verbunden wurden. Das ist eine Möglichkeit, weil parallel hier unten eben auch nochmal so eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone liegt. Also es würde auf jeden Fall besser passen, hoch abzugreifen, kleines Doppeltop zu bilden, von hier aus die Trendwende nach unten, zumindest in diesen dynamischen Support bei 1.300 und dann neuen Anlauf in die Region um 1.400 US-Dollar zu starten. Dann XRP seitlich ausgebrochen, Fording Rage, kaum Änderung, da gehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht näher drauf ein. Was wir uns mal angucken könnten, ist ICP, Internet-Computer. Weiß nicht, wer, also doch relativ viele Unterstützer, ich bin ja persönlich auch Spot mittlerweile investiert aufgrund dieser grünen Kaufzone, die wir hier getroffen haben, habe ich auch in dem großen Altcoin-Update-Video öfters angesprochen. Wir haben es leider noch nicht geschafft, ein tieferes Tief, das ist diese Region hier unten um 4,59 zu treffen, weil wir eben hier drüben noch diesen WIC haben. Der könnte aber noch gefüllt werden. Ich bin trotzdem am Überlegen, hier eine größere Position aufzumachen langfristig. Hat den Aspekt, riesiges Fording Rage, Konsolidierung und so langsam haben wir hier auch eine Bullish Divergence drin. Das heißt, so langsam könnte es sich hier wirklich im Boden einspielen, auch auf dem Daily. Sieht es relativ gut aus, aber so auf den kleineren Timeframes warte ich noch auf den richtigen Einstieg. Bin aber wirklich hier überlegen, ob ich das Risiko eingehe, hier eine längerefristige Position aufzumachen, mit einem möglichen Zweier-Entry noch in dem Bereich der 4,38 bis 4,40, also in dieser grünen Box. Unter diesen grünen RIG nochmal einen zweiten Kaufpunkt zu machen. Aber an sich sieht EZP vom Chartbild aus sehr, sehr gut momentan aus, dass ich hier so langsam eben diese Bodenbildung einschleichen könnte. Und dann noch ganz zum Schluss, weil es doch öfters angesprochen wurde, Avel haben wir ja letzte Woche im Stream ziemlich gut auseinandergenommen. Hat im Endeffekt auch perfekt gepasst. Wir haben gesagt, okay, Short-Entry in der Ineffizienz mit ungefähr 3%, also über den R1, perfekt getroffen. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht mitgenommen, ich Vollidiot. Sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich, ich habe es vercheckt. Hatte dann eine Order direkt, beziehungsweise minimal über dem letzten Hoch, ich glaube, ich hatte es sogar direkt am letzten Hoch, also hier bei ungefähr 90,20 US-Dollar, wurde wieder nicht gepfischt. Das ist momentan das, was mich ein bisschen ankotzt, muss ich ganz ehrlich auch dazu sagen, dass öfters mal Entries momentan nicht abgeholt werden. Das heißt, wir holen uns immer seltener Liquidität darüber. Meine Hoffnung ist jetzt aber noch in Anführungszeichen, dadurch, dass dieses zweite Tief, oder im Endeffekt kann man Tief sagen, weil es ein tieferes Tief ist, mit noch mehr Volumen gebildet wurde, dass wir hier wirklich nochmal eine kleine Erholung hier hoch starten, wirklich ein höheres hoch bilden, Doppeltop bilden und dann möglicherweise so eine Trendwende in den Bereich der mittlere 70er-Bereich uns holen. Wir legen mal ganz kurz hier noch das Golden Pocket mit an. Einfach jetzt mal vom jetzigen Stand aus, würde das Golden Pocket bei ungefähr 74 bis 73 liegen, würde hier mit dieser 4 Stunden Demandzone, 200 der SMA ist hier in der Nähe. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass wir in Richtung hier R1 gehen, dann hat sich dieses Golden Pocket schon verschoben in den Bereich der 74, 75 und passt wirklich fast perfekt mit dieser 4 Stunden Demandzone, wenn wir den Wicke einfach noch verbinden, überein. Vom Preisziel sollten wir wirklich hier nochmal hochkommen, was ich ehrlich gesagt wirklich hoffe, schauen wir uns auch mal das Preisziel an, das würde auch perfekt unten in dieser 4 Stunden Demandzone liegen. Also Aave behalten wir auf jeden Fall mal im Auge nochmal, die nächsten Tage habe ich jetzt mehr und mehr auf dem Schirm. Momentan habe ich die Order jetzt wieder rausgenommen, einfach den Aspekt, ich möchte hier wirklich sehen, dass wir hier wirklich reinkommen und wir haben hier drüben noch so eine kleine 4 Stunden Supplyzone, die wir eventuell auch noch holen könnten. Deswegen momentan keine wirkliche Order drin, jeder der das vielleicht doch mitgenommen hat, Glückwunsch, ich habe es leider nicht mitgenommen, aber aus dem Stream heraus hat sich dieses Ding im Endeffekt perfekt ausgespielt, jetzt gerade eben die Korrekturwelle und dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal hochkommen, möglicherweise in diese 4 Stunden Supply. Höheres hoch, vielleicht kein Daily Close drüber und dann kann man sich hier wirklich überlegen, kleine Shortposition aufzumachen. Gut, dann kurzes News, älteste Bank von New York führt Kryptodienstleistungen an, immer mehr Banken, was man momentan hört, führen immer mehr Kryptodienstleistungen im Endeffekt an. Es ist nicht nur USA, es sind viele Länder, die immer mehr auf den Kryptozug aufspringen. Im Endeffekt, viele bullische News trotz Bärenmarkt, das nimmt momentan exorbitant zu, auch jetzt der neue Premierminister in England, bullisch gegenüber Krypto, hat er auch gestern schon gesagt, also gingen schon die ersten Twitter-Meldungen raus. Ja, für mögliche Bodenbildung sehr, sehr interessant, ob wir dann vielleicht doch nochmal tiefere Kurse sehen, werden wir sehen. Wenn der Artikel auf jeden Fall interessiert, schaut gerne bei KryptoGuru vorbei, ansonsten würde ich mich verabschieden für heute. Wir sehen uns dann, denke ich, morgen Mittag rum wieder für ein neues Update-Video. Es passiert momentan echt einfach wenig, da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, kommt gerne in die Telegram-Gruppe, Link wie immer unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay Krypto.